Leute, heute spielen Ben und ich wieder eine wunderschöne neue Minecraft-Folge, aber diesmal spielen wir wieder Heiden Seek. Ich bin der Seeker natürlich, weil ich so klein und versteckerig bin und Ben ist der Heider. Hey meine Rabau, weißt du noch jemanden, die das früher immer gemacht, also so vor meiner Zeit, aber da hat man jetzt nicht immer keine Mühe gegeben, hat einfach zu zweit ein Video aufgenommen und beide haben das kleine Video aufgeladen. Und dann haben wir mal alle ihre Anmots so hintereinander gemacht. Kennst du das noch die Zeit auf YouTube? Ja, kenn ich. So sinnlos. Zusammen mit Ben. Hey meine Rabau, weißt du, ich bin jetzt so sinnlos. Ja, stimmt. Hast du schon ausgewählt, dass du der Heider bist? Keine Ahnung. Der Hunter? Ich bin doch der Hunter. Heider. Wie viel Zeit hast du zum Verstecken? Fünf Minuten. Let's go. Wo soll ich mich hinstellen? Fünf Minuten wahrscheinlich. Wo soll ich mich hinstellen? Irgendwo, wo du mich nicht sehen kannst. Wäre ja ganz praktisch, du. Ich habe eine Seeker-X. Das ist eine Nether-Riedner. Ben kann übrigens, Ben kann übrigens sehen, ob ich mich in der... Ben kann übrigens, Ben kann übrigens... Ja, weil du mich ständig unterbringst! Ben kann übrigens... ...sehen, wo ich mich befinde. Ich muss hier ein ganz geiles Versteck, muss ich hier aussuchen. Und ich glaube, ich habe es sogar schon. Ja, ich habe es. Ich habe es, Ben. Ich bin Verstecker Rinskid. Kann ich? Go. Go. Vier Minuten laufen. Let's go. Das Ding ist, obwohl man meinen Namen nicht sieht, sneeke ich trotzdem. Wie eine Sneak-Makrile. Man sieht meinen Namen nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, gewonnen. GG verloren. Keine Ahnung. Ich habe dich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Cold. Ups. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Du bist bei den Bäumen, Elina. Du bist bei den Bäumen? Du bist bei den Bäumen. Vielleicht bin ich bei den Bäumen. Vielleicht auch nicht. Ah, du wusstest, hier wird es okay. Oh, hier wird es was? Was wird es? Warm? Nee, da geht die Anzeige weg. Ah, okay. Das muss irgendwo hier sein. Ich stehe. Es gibt ja Warm und es gibt... Blauwarm. Hot. Oder? Hot or cold, ja. Achso, es geht... Okay, also... Oh, eine Minute 54 noch. Eigentlich dachte ich, dass... auf den Bäumen, denke ich. Eigentlich dachte ich, ich befinde mich... Ähm... Ich dachte, du findest mich instant. Weil du die ganze Zeit wie so ein Schäferhund suchst und riechst und so. Wo ist sie? Bist du auf den Bäumen schon? Ich mach ab einer Minute einen Tipp. Warm? Siehst du mich? Du siehst mich. Ähm... Ich seh dich nicht. Hot, hot! Ich sag, das gibt warm und hot. Das musst du mich jetzt nur... Warm und hot. Ja. Das musst du mich nur sehen. Nur wer gesehen wurde, der zählt. Ah, hier ist wieder warm. Du kannst ja nicht auch unten sein. Hehehe, wer guckt mich da durch die Ecke? Ah, nein! Boah! Komm, komm, schlag mich tot. Jetzt. Oh, Mann, ey. Das war eine Minute drei. Dein Skin halt. Das war eine Minute drei. Oh, ja, stimmt. Aber dein Skin ist ja noch viel schlimmer. Nö, ich hab mir den Skin extra eingestellt. Ja, das hab ich auch. Ja, das ist halt schon sehr OP mit diesem Hot, Cold, Warm. Ja, das stimmt, das stimmt. Das macht das Heiden Sieg Battle eine ganz andere Nummer. Wir haben's revolutioniert, Freunde. Jo, dann... Bist! Yeah! Auf die Plätze, fertig, los. Stoppst du deine Zeit? Ähm, ja. Also, was heißt, stoppe ich meine Zeit? Ich mach einfach vier Minuten und dann let's go. So, ich mach folgenden Trick. Leute, folgenden Trick. Ähm, ich gucke, ob er funktioniert. Ich gucke, ob er funktioniert. Ich teleportier mich einfach zu ihm. Ja, er hat einfach... Der beste Trick. Er hat einfach Ränder abherren. So. Ich geh das sehr, ähm, klug ab. Hier. Hast du dich in einer Höhle versteckt? Tipps gibt's bei einer Minute. Oha! Wie unfair. Hä, hast du doch auch gemacht. Ich hab mich in keiner Höhle versteckt. Ich hab mir doch einen Baum... Nein, tipp! Ach so. Ja, trotzdem. Nee, ich benannte Oberfläche aus. Katze. Cold. Der Indikator ging schnell. So schnell, äh, ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Cold ist aber wieder weggegangen. Cold. Hm. Das ist die Frage. Hast du dich in einem Haus versteckt? Oder hast du dich, äh, auf den Berg gestellt? Jetzt kannst du... Oh, Cold ist wieder ausgegangen. Mhm. Cold. Cold. Da müsste es safe auf diesen Berg hier drauf. Ich hab meine Seeker-Eggs, hab ich hier bereit. Hm. Das Gute ist, ich bin nicht so gut in Jump'n'Runs. Cold. Muss einfach nur zwei Vierer-Sprünge wohin gemacht haben. Dann bin ich safe. Egal, ob du mich siehst oder nicht. Immer noch Cold. Immer noch Cold. Jetzt ist das Cold wieder weggegangen. Oh, nein. Scheiße. Bin wie ein Geist. Cold. Hier irgendwo... Warm. Hot. Hot. Hot, 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 hot. Hot, aber ich seh dich nicht. Hot. Warum ist es denn so heiß hier? Warm. Die Lina fängt dann zu schwitzen. Hot. Oh, du bist doch safe unter der Erde, oder? Hot. Warm. Oh, nein. Du bist safe. Aber du hast ja gar nicht gesagt, dass du unter der Erde bist. Bin ich doof? Bin ich blöde? Wenn... Bist du blöde? Hä? Hot. Warm. Hot. Ah, da in der Ecke. Mann, ey. Das hat voll lang noch funktioniert. Ja, Alter. Richtig lang hat das funktioniert. Aber, Ben, weil du die Runde gewonnen hast, zeittechnisch mäßig, ich hab dich nämlich erst bei einer Minute gefunden und du mich bei einer Minute drei. Ich kam mir gar nicht so vor. Darfst du jetzt entscheiden, ob du der Hunter oder der Seeker der Nächsten... Hunter? Nee. Alles klar. Das ist ja viel einfacher. Das ist das Hot Cold. Das ist voll okay. Ja. Le, 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 let's go. Wie ist Spaß? Das muss ja jetzt ein gutes Versteck sein. Dass das meine Taktik war, möglichst nah an den Rand, damit du dieses Cold nicht bekommst. Weil sobald man Cold hat, dann beginnt die Zeit. Ist man verloren, ist man lost. Bin ready, Bombaddy. Jetzt schon? Ja, bin ready, Bombaddy. Auf die Plätze, fertig, los. Start. Let's go, let's go, Leute. Wir sind auf der Jagd nach einem Cold, nach einem Cold, nach einem Cold, und damit meine ich keine Waffe und auch keine Erkältung, sondern ein Heidenstieg-Tool. Yippie. Aber das war schon echt schwer, weil das so nah an der Grenze warst, dass ich gar nicht mehr dachte, dass ich da gucken muss. Kukaratscha. La Kukaratscha. La Kukaratscha. La Kukaratscha. La Kukaratscha. La Kukaratscha. Kein Cold. Yeah, 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 yeah. Hast du auch schon alle Ecken abgesucht? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass du auf dem Berg bist. Ähm, bin ich nicht. In der Höhle? Bin ich auch nicht. Kein Cold. Jetzt geht dir die Pumpe so langsam, wa? Da musst du ja eigentlich in der Mitte sein. Was war's? Beim letzten Mal hast du aber auch nicht, äh, ich glaube, du hast erst noch zwei Minuten. Das heißt, du hast noch 30 Sekunden. Ich jag nach dem Cold. Zwei Minuten laufen ab genau jetzt. War ich hier schon? Ich kann auf jeden Fall sagen, du warst sehr nah an mir dran. Äh, ich hab keine Anzeige. Doch, 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 doch. Du warst aber nicht so nah dran, dass das Ding ausgeschlagen hat. Ich war aber sehr nah bei dir dran. Ja, was? Ich hab deinen Namen halt gesehen und ich dachte mir, holy shit, jetzt ist vorbei. Cold. Holy shit, jetzt ist vorbei. Warm. Holy shit, jetzt ist vorbei. What? Holy shit, jetzt ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Es ist niemals vorbei. Ich laufe einfach. Du bist einfach schneller als ich. Bin ich nicht. Was machst du jetzt? Wenn du... Nein, wie geht's? Ich hätt beinah... Ich hätt beinah weglaufen können. Ich wär da nicht durchgekommen. Ja, ich weiß. Oh, Mann. Klassischer Sieg. Klassischer Sieg auf Ben-Ebene. Let's go. Okay, Leute. Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich hätt die Folge gefallen. Falls ja, deswegen down rum da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Haut da rein, Leute. Ciao. Ciao. Gib mir ein Kritt.